Anita, sag uns doch geschwind, was macht ein Gstaad aus? Also Gstaad ist der Idealort für einen internationalen Mix, der genauso viel Wert gelegt wird auf das Internationale wie auf das Urtümliche. Es ist der Authentizismus, der durchkommt, der nur den Charakter des Dorfes mit dem Internationalen vereint hat. Das ist der Ungarn. dass es wir drei Stunden 1975reben nachqueren. Jetzt sollte man mit einem Schader geschnitten werden.